Im sechsten Rennen einen deiner treuesten Kantonisten, Giordano. Immer ehrlich, immer brav. Die ersten zwei Starts waren jetzt ein bisschen unglücklich. Beim ersten Mal war ich schlecht am Start. Das zweite Mal war die Reiterin noch nicht ganz so fit. Jetzt hast du Sarah Kuber aus Berlin kommen lassen. Die ist im zweiten Band im Gegensatz zu den anderen Favoriten. Das könnte sich doch mal ausgehen, oder? Ja, ich denke auch. Das ist jetzt der dritte Start auch wieder nach der Pause. Und die Reiterin ist mit Sicherheit konditionell besser am Posten, als es Julia war. Und wir haben ihn jetzt auch intensiv unter dem Sattel trainiert. Also er ist jetzt wieder so, wie er vor der Pause war. Also müsste schon wieder ganz gut gehen.